Ja, ich will die aber ausrüsten. Ja, wo ist meine Sense? Ah, da sieht man die... Dingens. Die Stufe hier. Diese kleine Leiste da oben. Okay. Das war anscheinend... Wow. Ich mag diese Sense. Cool. Damit dürfte es um einiges einfacher werden. Aber unsere Hauptwaffe bleibt weiterhin das Schwert. So, jetzt müssen wir wieder zu dem großen Golem. Damit wir weiter machen können. Würden meine Arten dich segnen? Ja. Keine Belohnung. Verwüster. Diese Erweiterung erhöht den Schaden, den Krieg bei Angriffen mit Umgebungswaffen verursacht. Waffenerweiterungen. Waffenerweiterungen müssen Waffenschmiede in Kriegsgepäck und Waffen zugewiesen werden. Machen wir doch mal. Wo ist die Waffenschmiede? Jawohl. Ja, gehen wir dem Schwert, weil das Schwert benutzen wir am meisten. Also gehen wir hier lang. Gehen wir vielleicht jetzt ein bisschen weiter. Ja, und unser Schwert leuchtet so geil. Warte mal, gibt der Tür jetzt eine Kopfnuss, oder? Keine Ahnung. Da fällt schon mal, jetzt in der Kanalisation zu sein. Und mit Y können wir jetzt auf jeden Fall die Sense benutzen. Das ist schön. Da hinten haben wir eine Truhe mit Seelen. Immer neuer damit. Was haben wir da wieder? Schattenpunkte. Sehr gut. Oh, man. Probieren wir gleich mal unsere neue Waffe aus. Ich mag sie. Okay, jetzt nervt ihr aber wirklich. Okay, gucken wir mal, ob es da unten was Schönes gibt. Nö, nur ne Fledermaus. Hey. Frechheit. Die dreist, die doch sind. Können wir dich jetzt nicht zerstören? Anscheinend nicht. Nein. Da kommen wir noch nicht ran. Äh, was soll das denn? Äh, was soll das denn? Will eigentlich die Kamera... Äh. Okay. Darüber. Darüber. Und... Da sind wir. So, gibt's hier irgendwas zu entdecken? Okay, das können wir nicht kaputt machen. Schade. Ventilatoren, da können sich Gegner... Oh ja. Ach, machen wir sie mit der coolen Megasense platt. Yes. Yes. So macht es auch Spaß. Schnellst du das Schwert wechseln und BAMS die BAMS. So, wieder zur Sense. Ja, so macht das auch Spaß. Viele schöne Waffen, viele schöne Moves, viel schönen Gemessel. Du warst aber der letzte, oder? Nein, da ist noch einer. Wird er jede Menge sehen. So, die eingestürzte Treppe. Wir sind wieder ein Stückchen weiter gekommen. Ja, kommen wir mal noch ein bisschen weiter. Hallo Fledermäuse. Hallo Zombies. Oder sollte ich Lebensspender sagen? Ja, ich sag mal Lebensspender. Genauso wie die Fledermäuse. Nervige Lebensspender. Nix da. Heute nicht. So, suchen wir mal nach weiteren Thronen hier. Muss bestimmt irgendwo irgendwas geben. Mal sehen. Schauen wir uns mal die Karte an. Hier ist nichts interessantes. Die Welt. Können wir nicht gucken. Ah, da hinten ist sie. Wir sind da. Ah, Werte. Gesamtspielzeit. Eine Stunde dreißig. Will der mich verhulken? Zeit im Kampf. 1,34. Da haben wir zwei Stunden quasi schon. Kills. Gesamt 367. Anzahl Tode. Zwei. 16 Kilometer. 17. Das war gelatscht. Seelen haben wir schon 3700 gesammelt. Längste Kombination 27. Vergossenes Dämonenblut. 650 Liter. Übertreibt man nicht. Tipps brauchen wir nicht. Haben wir auch irgendwie Engelsblut vergossen? Aber anscheinend nicht. Unser Hauptfixierpunkt sind ja hier die Kaktimonen. Tadam. Gibt's hier was? Nein, dann müssen wir wahrscheinlich nach da oben. Da geht's dann weiter. Ja, hier sind jede Menge Punkte. Oh, da ist ein Vulguin-Punkt. Vielleicht kaufen wir schnell mal bei Vulguin ein paar Sensentechniken. Nebensspender. Muss man so schön ausquetschen. Äh, wo war der Vulguin nochmal? Ach, da hinten. Oder? Äh? Bist du schon blind oder was? Nix da. Ah, da ist er doch. Oh, hier lang hier haben wir Seelen. Schön. So gefällt mir das. So, was machen wir da unten? Ah, hier muss man tauchen. Ah, hier war tauchen. Und... Jawohl, wieder ein herr. Seelenteil. Dem Steintoil. Oh, ja. Und... Auf, auf, Mitte. Dann machen wir mal die hier lang. Obwohl das, glaube ich, nicht richtig aussieht. Aber... Ja, hier haben wir wohl, Grimm. Muss ich doch. Ja, moin, moin. So, was können wir uns schon das leisten? Äh... Lebensdessenz haben wir eine mehr. Komm, auch nicht. Äh, Dämonenschneide kann man vielleicht... Boah, Schwerthaken in der Stufe 3 kostet uns zu viel. Hier können wir noch nix benutzen. Ist zu teuer. Tods-Rage. Ist zu teuer. A und Y gedrückt halten. Erstmal mit der Höllenklinge. Du bist so weise, wie du Mächtig bist. Auf Wiedersehen. Ja, bis zum nächsten Mal, Volgrim. So, geht's da unten noch weiter? Nein. Also schauen wir mal, was wir hier noch alles machen können. Lebensspender! Aber anscheinend noch mal volle Lebensenergie. Ja, haben wir. Okay, hier kommen wir nicht rein. Ja, auch nicht. Okay. Also müssen wir die Treppe hoch. Na, warte ich dir eingestürzt, dann wohl. Ja, hängen fest. Also hier lang. La, 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 la. Oh, neue Gegner, wie es aussieht. Aber die Trubel will ich zuerst haben. Oder ne, euch kenne ich ja schon. Okay, die Fenster sind schon hier kaputt. Dann haben wir hier noch nichts. Machen wir dann. Ah, ja. Aha. So, kommen wir auf diese Brücke da hinten. Und zack. Fahren wir mal. Hier ist nichts interessantes. Immer wieder so einen Schattenpunkt. Und was ist das denn? Ach, nur Schledermäuse. Wenn es weiter nicht ist. Oh, da hinten haben wir noch was. Noch so ein Lebensstein-Ding. Das können wir ja sehr gut später gebrauchen. Die Tiamat. Das hast du nicht umsonst gemacht. So. Und du stirbst durch die Sense. Stirb. Wann, wie viele Seelen die hier sammeln können. So, und du gibst mir noch ein paar HP. Na komm. Ne, ich mag dieses Spiel mehr und mehr. Fordernd. Blutig. Knackig. So muss ein Spiel sein. Es gibt wirklich sehr, sehr wenige Spiele, die mich wirklich so perfekt ansprechen. Wie Darksiders oder Prototyp. Assassin's Creed. Chronicles of Riddick. Das sind so die Spiele, die mich wirklich... Oh. Hallo, wer bist denn du? Ach, nö. Muss das sein? Das schleudert da auch noch mit Autos rum. Muss ich ihn bekämpfen? Nö, anscheinend nicht. Nein. Ah, der, ey. Doof. Ah, komm, mach mal den platt. Der gibt bestimmt eine... Autsch. Ah, der kommt einfach zu mir. Aber der macht ganz böse... Aua. Ah, verdammt, ich wollte ausweichen. Aua. Oh, scheiße. Das wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Wir können es nicht so gut anleisten. Jawohl, wir können besiegen. Whip. Splitsch, platsch. Bam. Da wird er volle Energie. So, Kollege. Wolltest du eben was? Wo ist es? Wir mussten ihn bekämpfen, ey. Mann, sind die übel drauf. Wir sollten... Ich werde jetzt ein bisschen mehr mit der Sense kämpfen. Mit Ruhe. Aber naja, aber wollen wir da ein bisschen einkaufen. Oh, haben wir hier noch was? Oder... Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ganz wenig, aber nur, ähm... Wir sind ganz nah an Tiamat, würde ich mal sagen. Warte. Also, so können wir die ganze Karte ansehen. Oder mehrere Stufen der Karte. Ah, da oben war was. Okay, machen wir die mit der Sense platt, damit die ein paar Erfahrungsfunkte bekommt. Lebensenergie haben wir sowieso komplett voll. Was ist das da hinten? Was ist das da hinten? Egal von uns. So. Was haben wir da feindet? Ne, anscheinend will er uns nicht durchlassen. Gemeinheit. Äh... Beobachter, was ist das? Hm, die Zwielicht-Kathedrale. Samael sagte etwas von einem hohen Ort. Ist vielleicht knifflig für einen Matschbewohner wie dich. Ne, also müssen wir anscheinend anderswo lang. Ne, da gibt's nix. Oder kommen wir da nochmal dran? Würde mich jetzt sehr interessieren. Ähm... Haben wir da unten nicht was. Tch!